Auf die Legalisierung hat sich nichts geändert. Es soll ein Legalisierungsgesetz geben. Dieses Legalisierungsgesetz soll zwei Stufen haben. Entkriminalisierung und Eigenanbau, CSC als erste Stufe, zweite Stufe, dann die Legalisierung als solche. Das ist auch nötig, weil wir ja für Anbau und Ähnliches auch für den Vertrieb noch Zeit brauchen. Ob das Ganze in zwei Gesetzen erfolgt oder als Paket, die dann gemeinsam eingebracht werden oder in einem Gesetz, das muss natürlich auch geprüft werden. Daran ist man gerade. Es macht eben auch keinen Sinn, Dinge zur Notifikation anzumelden, die da nicht hingehören. Und womöglich brauchen wir sogar drei Gesetze, denn Cannabis als Medizin, dazu am nächsten Montag, muss auch noch weitere Regelungen erfahren.